Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge zu Assassin's Creed Origins. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen jetzt eine Nebenquest, empfohlen in Stufe 24, Nahrung für das Fajum. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist die Nebenquest hier direkt hinter mir und die möchte angesprochen werden. Verwürdigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philakitai. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Wir nehmen natürlich diese Nebenmissionen jetzt an. Und ja, es sind noch 90 Meter. Und dann können wir mit den Steinmetz sprechen, was er da für große Sorgen hat. Ich bin mir sicher, es endet damit, dass sich jemanden umbringen muss. So wie immer. Es macht keinen Unterschied. Aber da oben ist er. Das ist auch bloß noch, wenn wir da hochkommen. So, los geht's. Steinmetz. Steinmetz. Deine Frau hat mich aufgesucht. Schhh. Wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau. Ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein. Ja. Nein. Doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Okay, lassen wir jetzt schon ein bisschen Psycho hier. Ermittler unter dem Tempel von Karanis. Was geht unter diesen Tempelruinen vor? Und da müssen wir jetzt hin und dann gibt's, beginnt auch eine, eine Untersuchung. Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Oh, ein Assassine. Schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Den untersuchen wir. Das ist verdächtig. Ach ne, das ist was anderes. Reche Matze 110. Das ist eine ganz andere Quest, die will ich jetzt nicht verfolgen. Hier kann man nämlich gestorbenen anderen Assassinen rächen. Aber das ist jetzt nicht auf meinem Programm. Was ist hier geschehen? Ja, was ist denn hier geschehen? Ich sehe hier ein Lagerfeuer. Und Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am üblichen Ort unter dem Bahnen-Sobek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm den Bauern seinen Arm ab. Sag ihm der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobeck. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobeck im Wasser. Hm. Ja, jetzt sind die anderen Hinweise auf einmal weg. Lohnt sich anscheinend gar nicht mehr. Finde die Bezahlung in der Nähe der Bahnen-Sobek-Statur. Die ist ein bisschen weit weg von hier. Ja, ich komme hier natürlich jetzt auch gerade nicht so richtig hoch. Das ist ja wirklich ein Baustellengebiet. Das erinnert mich ja an Großstädte. Da hängen ja auch meistens nur Baukräne rum. Ich sage nur Berlin. Ja, Berlin ist wirklich eine Stadt voller Baukräne. Stellenweise. Das ist wirklich schlimm. Aber das ist ein anderer Ort, den ich jetzt gar nicht mehr weiß. So, und jetzt sind wir gleich unten. Und dann würde ich sagen, Reitier rufen und los geht's. Das ist mein Final Fantasy Reitier, falls ihr das noch nicht kennt. Ein Geschenk der Götter. Habe ich das bekommen. So, und wir sollen jetzt den versuchen, den Tempel des Pne-Pnecherus. In der Nähe gibt es eine Summe-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Ja, sobald Wachen da sind, das... Das ist auch mein Indikator. Sobald Wachen sind, weiß ich, ah, ich bin Gold, richtig. Ja, also hier sind die Ziele, wurden lokalisiert. Und ich freue mich riesig, dass ich hier Krokodile sehe. Ich brauche hartes Leder. Ich muss hier doch mal ein paar Viecher abschlachten. Ah, nochmal kurz. Wir können doch mal umswitchen. Oh, wo geht denn der Krokodil hin? Die hat aber Speed drauf. Alter Schwede, was ist hier mit dem Krokodil los? Kein schwerer Schuss. Ja, super. Ich wollte den kalt machen. Jetzt kriegt er ihn drauf. Als Strafe. Ich wollte doch mein Schild hochheben. Also, das mit dem Bogen und Schild, das verwechsel ich immer wieder. So, und da ist noch ein Krokodilchen. Oh, jetzt haben wir neuen Orte auch gleichzeitig entdeckt. Den nehmen wir jetzt noch kurz mit. Nie, dass der mich hier frisst, während ich hier noch tauchen möchte. Scheiße! Raus, 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 raus. Alter Schwede, das ist ein... Das ist ein Hippo. Oh. Die Dinger sind brandgefährlich. Aber sie geben ihm auch gutes, hartes Leder. Das heißt, der Hippo ist sinnvoll gestorben. Und zwar für mich. Der pixelige Hippo. So, jetzt mal hier reintauchen und gucken, was es hier zu holen gibt. Das war eine schöne Schatztruhe. Sie hat eine Gravur von Sognopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Das heißt, wir müssen jetzt zu diesem Lagerhaus in Sognopayu, Nessos. Die Namen werden ja immer kurioser. Da hinten. War ich schon jemals da hinten? Nein, nie da hinten war. Gehen wir da auch jetzt mal hin. Jetzt sehe ich gerade aber so ganz dummerweise. Wir sind ja momentan in diesem Tempel. Und da gibt es ja noch zwei Schätze. Die muss ich jetzt auch noch fix holen. Und dann kann man weitermachen. Aber natürlich muss ich vorher ordnen. Das geht relativ fix, würde ich denken. Oh fuck. Oder auch nicht. So, da ist noch auf jeden Fall ein Schätzchen. Er versucht wegzuschwimmen. Er ist weggetaucht. Ich muss jetzt hinne machen, weil Bikes Taucherlunge ist nicht so optimal, würde ich sagen. Ach, da hinten ist der Schatz. Den können wir noch holen. Und dann gehen wir tatsächlich zu diesen Nessos, wo ich noch nie war. So. Damit hätte ich das auch gleich erledigt. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Und von den Mobs mal jetzt mal das Boot, würde ich sagen. Ich bringe ihn später zurück. Komm. Fahr zu. Oh, da hinten sind Hippos wieder. Aber wenn ich nicht scharf drauf. So. Ich muss runter. Ganz viele Flas. Richtiger Schwarm. So, also. Dieser Ort wird wahrscheinlich sehr gut bewacht. Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Wir werden erstmal mit Senju was machen. Natürlich wieder mal viel zu weit weg. Ah ja, doch, passt. Jetzt ist es noch kein Ort, wo ich nicht hin darf. Aber das wird sich gleich erinnern. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Der Handel floriert wie nie zuvor. Und sorgt damit für ein enormes Wirtschaftswachstum der griechischen Unternehmen im ganzen Fayum. So, das Ziel befindet sich unterhalb. Jetzt müssen wir hier rein. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort sein. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will. Hat mich jetzt in der Wache gesehen. Und da hinten, der ist ein bisschen skeptisch. Der Metzger ist in der Nähe. Was für stecken diese Halumpen? So, wir müssen gleich wieder was untersuchen. Okay. Okay. hey und jetzt ist hier verstecken sie das ganze Korn dass sie direkt von den Tischen der Familien im Fallium stehen diese gierigen Drecksäcke ich sollte mich umsehen ich soll jetzt ein bisschen Stress produzieren wir fangen jetzt an mit den Untersuchungsgebiet wir haben hier Schriftrollen eine Liste mit den Zahlungen für das Korn der Metzger zahlt den Bauern nicht mal genug um zu überleben ich muss herausfinden wo er sich aufhält das wäre die Nummer 1 Nummer 2 und es handelt sich hier um eine dringende Nachricht vom Metzger bewahre das Korn wie üblich auf die Lieferung geht nächste Woche raus also sorge dafür dass alles bereit ist bring die letzte Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa wo ich unaufhörlich daran arbeite deine Feder zu beheben mach noch weitere Fehler dann ist dein Kopf fertig der Metzger ist in einem Haus in der Nähe höchste Zeit mich mit diesem Metzger zu unterhalten der hat es richtig auf den Metzger abgesehen man hört es richtig ja und damit war schon die Untersuchung beendet stelle den Metzger in seine Arbeitszimmer zu Reda das Arbeitszimmer ist über uns das heißt wir müssen wieder ans Tageslicht kommen und dann sehen wir weiter oh hier ist noch eine Wache oh hier sind mehrere Wachen verdammt ich habe ja hier so eine Brandbombe aber die ist eigentlich scheiße bleib ruhig stehen so da hinten muss das Arbeitszimmer sein kommen wir hier bloß rein sehr gut ich glaube er ist noch in Stockmark weiter höher aber vielleicht gibt es ja hier eine Treppe ah das sieht schlecht aus hier gibt es einen Balkon hier ist eine Tür ich glaube wir sind hier richtig eine offene Tür wohlgemerkt hier ist der Wlacker der sich in meine Geschäfte einmischt wir haben gerade von dir gesprochen du stiehlst das Korn aus dem Fayum Menschen hungern für den Profit du kommst nicht aus dem Fayum oder dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler dieses Korn gehört auf ägyptische Teller du armer naiver Malakia meine Befehle kommen von ganz oben wenn nicht ich dann tut es ein anderer so ist das Geschäft man begleicht seine Schulden oder ich hole sie mir nichts Persönliches du hast die Wahl lass mich in Ruhe und Lebe oder stirb andere dachten genau wie du dann ermordeten sie meinen Sohn alles ist persönlich du dreckiger Nikit Yadet ich glaube er wird sterben Wachen erledigt das so erstmal die Wache hier und dann noch dieser hier und dann fällt nur noch der Metzger Tod bestätigen möge der Verborgene dich grüßen der Fürst Eduard erwartet dich das war auch schon die Nebenquest Nahrung für das Fayum wow wir sind Stufe 31 gewonnen eine Fähigkeitspunkt mehr sehr schön ja das war es falls euch das Video gefallen hat dann gerne ein Like geben ansonsten wie immer diesen Channel hier abonnieren damit ihr keine Folge mehr verpasst vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Video und dann